Jetzt spreche ich über mein Lieblingsthema. Und mein Lieblingsthema ist deshalb mein Lieblingsthema, weil es uns zum Marktführer gemacht hat und zu der Firma, die wir heute sind. Und zwar bezahlte Werbung. Wer von euch schaltet bereits bezahlte Werbung online? Relativ viele, nochmal Gegenprobe. Wer schaltet noch keine Werbung online? Also vielleicht so 60% schalten schon, 40% noch nicht. Okay, das heißt, wir haben einige, die komplett neu sind, einige, die schon ein bisschen Werbung schalten. Wer gibt mehr als 10.000 Euro im Monat aus, Werbebudget? Oder gehen schon nicht mehr so viele Hände hoch? Wer gibt mehr als 30.000 Euro im Monat aus? Okay, ein paar hier aus dem Coaching, ein paar da hinten. Okay, die Herausforderung, die ich heute habe, ist, dass ich jedem von euch was mitgebe. Ganz egal, ob ihr noch nie einen Werbemanager von innen gesehen habt oder ob ihr sagt, Herr Jonas, wir kennen uns aus, wir haben schon viel Werbebudget, ich will das auch für euch heute was Wertvolles dabei ist. Grundsätzlich kann man Werbung schalten auf Plattformen wie Facebook, Google und LinkedIn. Zu Facebook gehört auch immer Instagram, zu Google gehört auch immer YouTube. Das sind so die großen Plattformen. Und eine Frage, die ich oft bekomme, ist, was ist denn die beste Plattform? Und man kann das pauschal so nicht sagen. Alle diese Plattformen funktionieren. Alle diese Plattformen sind relevant. Und was ich euch jetzt mitgebe, die Tipps, die ich euch mitgebe, die sind für jede Plattform wahr. Das heißt, das, was ich sage, zählt sowohl für Facebook, wie auch für Google, wie auch für Instagram, wie auch für YouTube, wie auch für LinkedIn. Und ich versuche euch so die größten Dinge mitzugeben, die für uns funktioniert haben. Wir haben ja diese Reise gemacht. Ich war ganz am Anfang Einzelunternehmer, Solo-Selbstständiger. Und ich habe mich irgendwann getraut und so die ersten 1.000 Euro mal auf Facebook ausgegeben. Und als ich das gemacht habe, hatte ich sehr wenig Ahnung davon. Ich habe mir dann auch viel Hilfe geholt. Ich habe viel ausprobiert. Und die größten Dinge, die ich da gelernt habe und die uns dann geholfen haben, so den ersten Sprung zu machen, die möchte ich euch auf jeden Fall heute mitgeben. Dann sind wir gewachsen und wollten skalieren. Wir haben gemerkt, hey, mit kleinem Budget, das funktioniert. Wir geben ein bisschen Geld aus. Wir bekommen ein paar Kunden. Und dann geht es natürlich darum, mehr Geld auszugeben, um noch mehr Kunden zu bekommen. Und hier gibt es einige Dinge zu berücksichtigen. Auch die gebe ich euch heute mit. Und jetzt, seit letztem Jahr, haben wir nochmal unsere Strategie komplett umgestellt. In den letzten 6 bis 12 Monaten haben wir sehr viel nochmal geändert. Einfach deshalb, weil wir viel ändern mussten. Wenn man mehr als 30.000, 50.000 Euro im Monat ausgibt, muss man einfach einige Dinge anders machen, als wenn man noch ganz kleines Budget hat. Und deshalb, der letzte Schritt ist dann, wie ihr eben omnipräsent werdet und hohes Budget auch ausgeben könnt. Das heißt, für die, die jetzt am Anfang stehen, ihr könnt die Tipps umsetzen für den Anfang. Ihr könnt euch aber auch diese Sachen schon mal im Kopf behalten, weil die werden hoffentlich irgendwann relevant für euch. Okay, let's go. Erstes Level. Ihr fangt gerade an. Vielleicht gebt ihr schon 1.000, 2.000, 3.000 Euro im Monat aus. Also alles unter 10.000 Euro im Monat. Was sind hier die wichtigsten Dinge, damit ihr gute Ergebnisse bekommt? Und es gibt natürlich sehr, sehr viele Dinge. Es gibt sehr viele Dinge, die man richtig machen muss. Zum Beispiel eine Grundvoraussetzung, dass ihr eine gute Website habt. Sonst werden die Ärzte nicht funktionieren. Ich kann euch jetzt nicht in einem halben Stunden Vortrag alle Dinge mitgeben, aber ich gebe euch die drei wichtigsten Hebel mit, die ihr auf jeden Fall berücksichtigen müsst. Also Punkt Nummer 1. Super wichtig. Ihr müsst aufhören, auf Bauchgefühl zu hören und ihr müsst anfangen, auf Daten zu schauen. Am Ende hat Facebook-Ads, ist eine reine Mathematik. Wenn zum Beispiel bei uns im Coaching ein Kunde kommt und sagt, hey Jonas, kannst du mal auf meine Ads schauen, ob die gut sind oder nicht, dann schaue ich nicht die Ads an. Ich schaue nur die Daten an. Ich sehe anhand von den Daten, ob diese Werbeanzeige funktioniert oder nicht. Und ich kann sehen, ob zum Beispiel die Zielgruppe da viel draufklickt oder nicht. Dazu muss ich nicht die Ads sehen. Und wenn irgendein Marketing-Experte kommt, auch ich, wenn ich auf eure Webseite schaue und sage, oh, die ist aber nicht gut. Und ihr sagt, Jonas, die bringt mir aber jeden Monat 400 Anfragen, dann ist die gut. Unabhängig, was meine Meinung dazu ist und was mein Bauchgefühl sagt. Und das ist ein Fehler, den viele am Anfang machen. So, ihr müsst auf Daten schauen. Wenn ihr jetzt aber anfangt, Ads zu schalten, müsst ihr irgendwie einschätzen, ob diese Daten gerade gut sind oder nicht gut sind. Und dazu habe ich euch jetzt mal so ein Beispiel, so Benchmarks mitgebracht. Ja, Benchmark heißt so Standard Conversion Rates, Standard Ergebnisse, die man in so einem Funnel bekommt. Ich habe jetzt mal den Ask-Gespräch-Funnel mitgenommen. Also das heißt, ihr möchtet, dass ein Kunde sich einträgt für ein Ask-Gespräch. Beratungsgespräch, Analyse-Gespräch, wie auch immer. Online-Shops haben wieder andere Daten. Wenn ihr ein Webinar macht, ist es auch wieder ein bisschen anders. Ich denke, das Thema Ask-Gespräch, wer macht Ask-Gespräche, Analyse-Gespräche? Okay, die meisten. Also für euch alle ist das relevant. In der Regel funktioniert das so, ihr habt eine Werbung vorne. Auf diese Werbung klicken mehr oder weniger Menschen drauf. Damit die Werbung gut ist, sollten das ein bis drei Prozent sein. Das ist die Click-Through-Rate, CTR. Wenn ihr merkt, oh Gott, die ist nur 0,2 Prozent, wisst ihr, wir sind außerhalb der Benchmark. Da muss ich die Ad nicht sehen. Wenn diese Click-Through-Rate zu niedrig ist, weiß ich, entweder ist eure Werbeanzeige nicht gut oder die falschen Leute sehen das. Weil wenn ich zum Beispiel jemand, der nicht Unternehmer ist, eine Werbung zeige, hey, willst du einen Loft-Film machen? Dann wird die Click-Through-Rate sehr niedrig sein, weil das braucht jemand, der nicht Unternehmer ist, braucht das nicht. Das heißt, wenn diese Zahl zu niedrig ist, wissen wir jetzt, was das bedeutet. So, dann kommen die auf die Landeseite. Wenn die Landeseite gut ist, dann sollten 5 bis 15 Prozent den Fragebogen öffnen. Also auf einen Button klicken, auf dem steht, jetzt eintragen zum Erstgespräch. Und wenn der Fragebogen gut ist, sollten sich 30 bis 50 Prozent eintragen. Das sind Daten, die bei uns stimmen. Das sind auch Daten, die bei unseren Kunden stimmen. Also jetzt habt ihr mal so eine grobe Größenordnung, wo ihr einschätzen könnt, hey, ist meine Ad gerade gut oder nicht gut? Eine Sache ist ganz wichtig. Und zwar am Ende sind auch diese Daten alle egal. Das Einzige, was am Ende zählt, ist, wie viel bezahle ich pro qualifizierte Anfrage? Das bedeutet, wenn ihr jetzt eine Werbung schaltet und ihr bekommt Anfragen, die sind gut und die sind nicht teuer, dann ist ziemlich egal, was die anderen Zahlen sagen. Ja, ich habe das schon oft gesehen, dass Leute sagen, ja, Jonas hat gesagt, wir brauchen 1 bis 3 Prozent Click-to-Rate. Ich habe jetzt meine Werbung abgeschaltet. Obwohl sie gut funktioniert hat. Also das Wichtigste, die wichtigste Metrik ist, wie viel kostet mich ein Lied? Und wenn der zu teuer ist oder gar keine Lieds kommen, dann schaut euch die anderen Zahlen an und schaut, wo ist der Fehler? Ist meine Werbung nicht gut? Ist meine Webseite nicht gut? Ist mein Fragebogen nicht gut? Und wenn ihr das macht, dann habt ihr die Möglichkeit, rauszufinden, wo an diesem Funnel ihr etwas verändern müsst. Und wir hatten das mal bei Loftfilm vor einigen Jahren. Wir hatten einen Fragebogen oder haben immer noch einen Fragebogen, aber damals haben den zwar viele geöffnet, aber nur ganz wenige ausgefüllt. Das heißt, wir wussten, irgendwas stimmt hier nicht. Dann haben wir eine Hypothese aufgestellt, haben gesagt, hey, vielleicht haben die Leute keinen Bock, 15 Fragen auszufüllen. Und man hat damals alle Fragen gleichzeitig gesehen. Dann haben wir uns gesagt, okay, wir bauen den jetzt mal so um, um diese Hypothese zu testen, dass man immer nur noch eine Frage gleichzeitig sieht. Das heißt, du weißt nicht, wie viele Fragen noch kommen. Alleine diese Änderung hat eine massive Steigerung gebracht, wie viele Leute den Fragebogen ausgefüllt haben. Woher wussten wir, dass wir genau an dieser Stelle schrauben müssen? Wegen den Benchmarks. Okay? Es sind manchmal wirklich ganz, ganz kleine Dinge, die ihr verändern müsst und plötzlich funktioniert es. Ihr müsst nur wissen, wo ihr hinschauen müsst. Also, Tipp Nummer eins, nicht aufs Bauchgefühl hören, nur Daten zählen. Fehler Nummer zwei, kein Pixel aufgesetzt. Wer von euch weiß nicht, was ein Pixel ist? Eins, zwei, drei, ein paar wenige. Okay. Also, Pixel ist ein Stück Code, damit die Plattform Facebook, LinkedIn, Google und so weiter, damit die sehen, was auf eurer Webseite passiert. Wofür brauchen wir den? Naja, zum einen, damit wir eben messen können. Weil wie viel Prozent der Leute den Fragebogen geöffnet haben und wie viel ihn ausgefüllt haben, wissen wir nur dann, wenn wir praktisch das auch mitmessen können und dafür brauchen wir einen Pixel. Bei LinkedIn heißt der Insight Tag, bei Google heißt der Conversion Tag, aber es ist das Gleiche. Für jede Plattform braucht ihr den plattformspezifischen Pixel. Wofür brauchen wir den noch? Für Retargeting. Ich habe vorhin schon darüber gesprochen, wie wichtig Retargeting ist. Facebook und Co. merken sich, wer war auf dieser Seite und ihr könnt diesen Leuten jetzt wieder Werbung zeigen. und das Dritte sind personalisierte Zielgruppen. Wenn ihr anfangt, Werbung zu schalten, dann macht ihr Interessen-Targeting. Das bedeutet, ihr sagt Facebook, bitte zeige meine Werbung allen Menschen, die sich für Abnehmen interessieren. Oder bitte zeige meine Werbung allen Menschen, die sich für Unternehmertum interessieren. Das ist auch ganz gut, aber richtig, richtig gut werden die Ergebnisse. Sobald ihr Facebook sagen könnt, Facebook, bitte zeige meine Werbung Menschen, die so ähnlich sind, wie die Menschen, die sich in der Vergangenheit bei mir eingetragen haben. Das nennt sich Lookalike Audience. Und weil Facebook alles über jeden weiß, wie lange ihr online seid, was für Seiten euch gefällt, ob ihr ein Haustier habt oder nicht, wo ihr wohnt, welchen Abschluss ihr habt, Facebook weiß alles über euch, wie lange ihr welchen Beitrag anschaut. Kann Facebook sagen, oh, ich habe hier eine Gruppe an Menschen, die haben sich alle schon eingetragen. Ich suche jetzt mal, welche von meinen Usern so ähnlich sind. Und dann werden die Ergebnisse richtig gut. Deshalb braucht ihr einen Pixel. Punkt Nummer drei, kein gutes Setup. Ein Fehler, den wir immer wieder haben, ist, das Creative ist super, zum Beispiel ein Loftfilm, die Webseite ist super, trotzdem funktioniert es nicht. Ihr braucht ein gutes Setup. Und wir haben ein Setup, das wir nutzen, das auch viele von unseren Kunden nutzen, das relativ einfach ist und sehr gut funktioniert. Und ich zeige euch das schnell. Ihr könnt euch das am Ende einfach einen Screenshot machen, dann könnt ihr auch das nochmal aufsetzen. Dieses Setup ist auch in dem Online-Kurs drin, den ihr alle bekommt. Nach der Produktion, für die, die noch nicht fertig sind, ihr habt alle Zugang zum Online-Kurs. Da gehe ich nochmal Klick für Klick das auch im Account durch. Also, wir haben eine Conversion-Kampagne, eine Engagement-Kampagne, eine Video-View-Kampagne und eine Retargeting-Kampagne. Bei der Conversion-Kampagne, das ist, sagen wir Facebook, Facebook, bitte gib uns so viele Conversions wie möglich, also Anfragen. Bei der Engagement-Kampagne, sagen wir Facebook, bitte gib uns so viele Likes und Kommentare wie möglich. Und bei der Video-View-Kampagne, sagen wir Facebook, bitte gib uns so viele Video-Views, also Menschen, die die Videos anschauen wie möglich. Und die Conversion-Kampagne bekommt 70% und die anderen 10%. So, ich erkläre euch gleich, warum wir das machen. In jeder von dieser Kampagne packt ihr eure Zielgruppen rein. Das kann eine Interessens-Zielgruppe sein, das kann auch eine Lookalike-Audience sein, wenn ihr schon länger Facebook-Ads schaltet. Und da rein kommt ein einziges Creative. Zum Beispiel euer Loft-Film. Ein gutes Creative, an das ihr glaubt. So. Und der Effekt, warum wir dieses Setup so machen, ist der folgende. Facebook hat ein großes Interesse dran, dass die User, die auf die Plattform kommen, dass die guten Content sehen. Klar, ihr seid Advertiser, das heißt, ihr bezahlt dafür, dass euer Beitrag geteilt wird. Aber, was Facebook nicht will, ist, dass du auf Facebook gehst oder Instagram oder LinkedIn, you name it, dich einloggst und sagst, langweilige Werbung, nervig, kein Bock, weil, dann kommt ihr nicht mehr zurück. Das heißt, Facebook bevorzugt Werbeanzeigen, die gut sind, die von Leuten gemocht wird. Und woran weiß jetzt Facebook, ob eine Werbeanzeige gemocht wird oder nicht? Ob sie viele Likes hat, ob sie viele Kommentare hat, ob sie viele Video Views hat. Das heißt, mit diesem 20% Werbebudget, die wir also 10 und 10%, versuchen wir gar keine Ergebnisse zu erzielen, gar keine Anfragen zu bekommen. Wir versuchen nur, unsere Conversion-Kampagne zu boosten. Dass euer Loft-Film überall gesehen wird, ganz viele Likes hat und von Facebook einfach eingestuft wird als richtig gutes Creative. Und auf einmal funktioniert die Conversion-Kampagne viel besser. Und dann kommt noch dazu das ganze typische Retargeting. Was ich heute Morgen schon gesagt habe, ihr braucht da viele verschiedene Sachen, immer wieder einen neuen Impuls. Mehr Details dazu gibt es in dem Online-Kurs. Schaut euch den auf jeden Fall an. Okay, das waren so ein paar Basics, wenn ihr anfangt, wenn ihr jetzt noch weniger als 10.000 Euro im Monat ausgibt, setzt diese Dinge um, das wird euch massiv helfen. Kommen wir zum Level 2. Jetzt haben wir was gefunden, was funktioniert. Wir bekommen die ersten Anfragen. Super. Und jetzt wollen wir das skalieren. 10.000 bis 30.000 Euro im Monat. Ungefähr. Vielleicht sind es auch 8.000, vielleicht sind es auch 40.000. Diese Größenordnung. Was ihr jetzt macht, ist, ihr gebt mehr Geld aus. Und hier wird oft eine Sache falsch gemacht. Und das ist, dass man Panik bekommt, weil die Ergebnisse schwanken. Und ihr müsst wissen, das ist ganz normal. Alle, die bei uns im Coaching sind, viele, die hier vorne sitzen, die wissen das, dass ich immer sage, wie lange läuft die Anzeige schon? Drei Tage? Dann brauchen wir noch gar nicht drauf schauen. Ja? Immer nur einmal drauf schauen. Ich habe jeden Montag einen festen Termin. und jeden Montag schauen wir zusammen auf diese Anzeigen drauf. Einmal die Woche. Zwischendrin macht es gar keinen Sinn. Weil, dass ihr mal einen Tag habt, wo keine Anfrage kommt, ist normal. Dass ihr mal einen Tag habt, wo auf einmal 10 Anfragen kommen, ist auch normal. Das ist natürlich eine Schwankung. Also sowohl nach oben wie auch nach unten wird es extrem gute, extrem schlechte Tage geben. Es wird auch einfach mal drei Tage keine Anfragen geben, weil draußen gutes Wetter ist und die Leute im Park sind beim Grillen und nicht auf ihr Handy schauen. Das heißt, nicht überreagieren, wenn ihr mal ein oder zwei schlechte Tage habt, kein Daytrading machen. Jeder, der langfristig anlegt in Aktien, der wird auch nicht sagen, oh Gott, heute einen halben Prozent verloren, sofort alles verkaufen. So ähnlich ist das bei Facebook-Ads auch. Wenn aber dann sieben, zehn Tage am Stück die Ergebnisse nicht gut sind, dann dürft ihr handeln. Dann dürft ihr sagen, okay, irgendwas stimmt nicht, wir müssen uns die Benchmarks anschauen, wir müssen gucken, was wir verändern. Fehler Nummer zwei. Eure Creatives werden irgendwann ausbrennen. Je nachdem, wie groß euer Werbebudget ist und wie groß eure Zielgruppe ist, geht das schneller oder langsamer. Wir haben aktuell ein Werbebudget von ungefähr 100.000 Euro im Monat. Wenn wir jetzt ein Creative veröffentlichen, also ein Video, dann wird das sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Impressionen sammeln. Also alle werden das sehen. Und wenn du das Creative zum ersten Mal siehst, sagst du, oh cool, interessant, ich klicke mal drauf oder auch nicht. Irgendwann hat das aber jeder gesehen und dann bringt es nichts, dann noch mehr Gas zu geben. Wir haben zum Beispiel hier dieses Video, hat 500.000 Euro Erdspend von uns bekommen, 25 Millionen Impressionen. 25 Millionen, so viele Unternehmer gibt es gar nicht im deutschsprachigen Raum. Das heißt, man kann sagen, jeder in unserer Zielgruppe hat dieses Ding mal gesehen. Und dann muss man auch irgendwann das ersetzen. Und das wird irgendwann kommen, zwangsläufig. Und ihr solltet immer schon vorausplanen. Das ist ein Fehler, den haben wir lange gemacht, dass wir gesagt haben, ja, läuft doch gut. Läuft immer noch gut. Ist doch super. Wir haben ein tolles Creative, einen tollen Film. Und dann irgendwann so, ah, verdammt, jetzt geht die Performance nach unten. Da kann man teilweise zusehen, dass es jede Woche wird es ein bisschen schlechter, ein bisschen schlechter. Und dann kommst du in den Panikmodus und sagst, oh, ich brauche ganz schnell jetzt was Neues, weil dieses Ding fällt auf zu funktionieren. Dann fängst du an zu überlegen, zu produzieren, zu machen. Und dann dauert es zwei, drei Monate, bis das Ding fertig ist. Deshalb, ihr solltet immer schon das nächste gute Creative in der Hinterhalt haben. Ihr solltet immer schon vorausplanen. Auch wenn ihr noch kleines Budget habt. Auch wenn euer Film aktuell gut funktioniert. Irgendwann wird das zwangsläufig aufhören. Und dann solltet, ihr solltet nicht dann anfangen, über das nächste Creative nachzudenken, sondern jetzt schon. Dass ihr es dann habt. Dass ihr praktisch nahtlos einen Übergang habt. Hey, ich nehme das jetzt runter. Ich nehme das nächste hoch. Ich freue mich, dass weitere Anfragen kommen. Und der dritte große Fehler, auch ein Fehler, den wir gemacht haben. Wir haben fast alle diese Fehler gemacht im Laufe der Zeit. Euer CLV, jetzt wird es kryptisch, euer CLV wächst nicht mit steigendem CPL. Ich glaube, ich muss nicht mehr dazu erklären, oder? Okay, also CLV steht für Customer Lifetime Value. Wie viel Umsatzgewinn macht ihr mit einem Kunden in der Zusammenarbeit auf Dauer? Und der CPL ist der Kost pro Lead. Also wie viel bezahlt ihr dafür, dass eine Anfrage kommt? Und wenn ihr mehr Geld ausgebt, wenn ihr skaliert, dann wird zwangsläufig euer CPL steigen. Es wird teurer werden. Um euch mal so ein Beispiel zu geben, als ich angefangen habe, waren wir so bei 150 Euro CPL. Das ist für eine B2B-Audiance heute sehr, sehr schwierig zu erreichen, weil sich bei Facebook viel geändert hat. Dann sind wir bei 200, jetzt sind wir eher so bei 350. Warum? Weil wir mehr Geld ausgeben. Das heißt, wir geben mehr Geld auf eine kleine oder die gleiche Zielgruppe aus. Und das bedeutet, dass Facebook uns am Anfang bei kleinem Budget die Leute geben kann, beziehungsweise unsere Videos an die Leute ausspielt, die höchstwahrscheinlich konvertieren. Facebook weiß das, weil Facebook weiß alles über jeden. Wenn ich jetzt mal mehr Geld ausgebe, sagt Facebook, ja Moment, es gibt gar nicht mehr so viele Leute, die höchstwahrscheinlich konvertieren, du willst aber noch mehr Geld ausgeben, ja dann zeige es halt jetzt anderen Leuten, die nicht so wahrscheinlich konvertieren. Sprich, es wird teurer. Das ist ein gottgegebenes Gesetz von dem Gott des Facebook-Algorithmus. Und was ihr tun müsst, weil ihr könnt nichts dagegen tun, dass der CPL hochgeht, was ihr tun müsst, um nicht irgendwann unprofitabel zu werden, ist auch gleichzeitig euren Kundenwert zu erhöhen. Das heißt, wenn ihr skaliert, müsst ihr euren Kundenwert erhöhen. Da gibt es verschiedene Wege, ihr könnt den Preis erhöhen, ihr könnt längere Laufzeiten machen, ihr könnt ein Upsell-Produkt mit dazu nehmen, da gibt es verschiedene Wege, ihr könnt auch euren Wert erhöhen, indem ihr zum Beispiel ein Empfehlungsprogramm macht, da gibt es viele Ansätze, aber wichtig ist, dass ihr den Customer Lifetime Value erhöht, parallel mit dem CPL. Weil sonst merkt ihr irgendwann, hey, ich kann nicht mehr Geld ausgeben, weil es lohnt sich nicht mehr und dann habt ihr eure Decke erreicht und könnt nicht weiter Gas geben. Okay, das ist jetzt schon so fortgeschrittenen Level. Kommen wir jetzt in die Champions League, dass ihr wirklich omnipräsent seid, dass ihr immer wieder auftaucht, dass die Leute in eurem Markt euch kennen und hier haben wir extrem viel gelernt im letzten Jahr und ich möchte jetzt mit euch das teilen, haben wir auch vorhin noch nirgendwo gemacht, also ihr seid die Ersten, mit denen wir das jetzt teilen. Also, Punkt Nummer 1, zu viel Druck auf einen Opt-in. Ab einem gewissen Level habt ihr immer das Problem, dass ihr zu viel Druck gebt, weil einfach es irgendwann bricht. Ihr gebt 1.000 Euro aus und verdient 2.000, super, dann könnt ihr auch 2.000 ausgeben und 4.000 verdienen. Dann gebt ihr 4.000 aus und verdient 8.000, das klappt, aber irgendwann klappt es nicht mehr, weil ihr zu viel Druck darauf gebt und zu viel Druck auf ein Opt-in. Was ist ein Opt-in überhaupt? Ein Opt-in ist eine Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten. Bei uns ist das standardmäßig Erstgespräch. Buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch und das funktioniert, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil es gibt Leute, die machen das einfach nicht. Die haben es noch nie in ihrem Leben für ein Erstgespräch eingetragen und die werden es auch niemals tun oder haben schlechte Erfahrungen gemacht oder, oder, oder. Das heißt, jetzt müssen wir diesen Leuten, die relativ schwer zu erreichen sind, relativ schwer zu überzeugen, die können wir jetzt auch bekommen. Das wird halt ein bisschen anstrengender, aber wir haben zum Beispiel hier weitere Opt-ins hinzugefügt, wir haben ein Webinar gemacht, wir haben ein Infoprodukt gestartet für 50 Euro und jetzt gibt es da draußen Menschen, die sehen schon unsere Werbung, die kennen uns schon, aber wir haben ja hohes Budget, die tragen sich aber nicht ein für ein Erstgespräch und jetzt kaufen die so ein Infoprodukt für 49 Euro und sagen, ja komm, ich schau mir das mal an, Loftfilm interessiert mich. Jetzt geben wir denen eine einfache Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten, uns besser kennenzulernen und so bekommen wir auch eine Telefonnummer und können die anrufen. Über das Erstgespräch hätten wir das nie geschafft. Also, ab einem gewissen Level überlegt euch andere Opt-ins, andere Wege für eure Zielgruppe mit euch in Kontakt zu treten. Der zweite Punkt hat auch mit zu viel Druck zu tun. Zu viel Druck auf eine Awareness-Stufe und das ist jetzt ein bisschen Marketing-Theorie und zwar eine Awareness-Stufe, das ist super wichtig für euer Marketing, egal auf welchem Level ihr seid. Ab dem großen Level oder ab einer gewissen Größe wird es dann super wichtig, wenn ihr die Kampagnen planen strategisch, aber für jeden hier, egal wie groß ihr seid, egal wie viele Ads ihr habt, das, was ich euch jetzt zeige, ist super relevant. Und zwar eine Awareness-Stufe ist, wie weit ist ein potenzieller Kunde schon fortgeschritten in seinem Prozess und der Prozess sich für euch zu entscheiden. Und dann gibt es so eine Pyramide und auf der untersten Ebene ist, er hat ein Symptom. Das heißt, bis jetzt merkt er nur irgendwas, ich habe, ich habe was. Das bewerte ich noch nicht mal. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ja, Mimi Ruth wurde ja gerade erwähnt und Mimi hilft Menschen beim Abnehmen und beim sich fit fühlen. So, das erste ist nur ein Symptom. So, hey, wenn ich meinen Gürtel versuche zuzumachen, irgendwie geht es nicht mehr. Komisch. Ja, oder ich laufe die Treppe hoch. Symptom. Ich habe noch kein Bewusstsein dafür, dass es ein Problem ist. Ich will das noch nicht ändern. Ich finde es vielleicht noch nicht mal schlecht. Mir fällt es nur auf. Dann gibt es Menschen, die sind schon ein bisschen weiter. Die stört es und die merken, ich habe ein Problem. Vielleicht, weil jemand sagt, oh, hast du aber ganz schön zugenommen. Ja, oder weil du sagst, oh, ich brauche wieder einen neuen Gürtel. Verdammt. Jetzt ist dir bewusst, okay, irgendwas ist gerade schlecht. Jetzt bist du auf der zweiten Stufe. Jemand, der schon weiß, dass er ein Problem hat, ist wahrscheinlicher, dass er bei Mimi kauft, als jemand, der nur das Symptom hat. Die dritte Stufe, die dritte Awareness Stufe ist die Lösung. Er weiß schon, dass es Lösungsansätze gibt. Mich nervt das mit dem Gürtel. Ich habe schon mal geschaut, es gibt Diäten, es gibt Coachings, es gibt Fitnessstudio-Mitgliedschaften. Also ich weiß schon, es gibt Wege, das anzugehen. Und die vorletzte Stufe ist, ich habe mich schon für ein Produkt entschieden. Ich weiß schon, ich habe keinen Bock auf eine Diät. Ich weiß schon, was ich alles nicht will. Und ich weiß, ein Coaching ist, glaube ich, gut. Jetzt bin ich auf der vorletzten Stufe. Ich habe mich schon entschieden, dass ich abnehmen will. Ich habe mich schon entschieden, dass ich ein Coaching machen will. Jetzt fehlt mir noch die allerletzte Stufe und zwar bei wem. Und am einfachsten ist es, Kunden zu finden, die schon in der letzten Stufe sind. Logisch. Jemand, der schon weiß, dass er ein Erklärvideo haben möchte, der sich schon entschieden hat, dass das eine gute Methode ist, um Kunden zu finden, der sagt jetzt, okay, wo gehe ich hin? Und wir sagen, hey, wir sind übrigens die Besten, komm zu uns. Das ist relativ einfach, den zu überzeugen. Jemand, der noch nie von Erklärvideos gehört hat, ist viel schwieriger zu überzeugen. Und deshalb solltet ihr am Anfang immer nur ganz oben angreifen, beim Produkt und beim Anbieter. Und je mehr von diesen Leuten ihr dann abgrast, desto weiter müsst ihr auch nach unten gehen und Leute sozusagen erziehen. Ihr müsst euch sozusagen euren eigenen Kunden ranzüchten. Und genau deshalb machen wir zum Beispiel auch diese Branding-Filme, was ich am Anfang gezeigt habe. Dass wir zum Beispiel sagen, hey, du bist ein Unternehmer, du stehst jeden Morgen auf, du hast so ein geiles Produkt, du brennst für deine Arbeit, du bringst Top-Leistung. Das geht nicht auf den Anbieter, das geht nicht auf Produkt. Das geht auch noch nicht auf Lösungen. Das geht eher auf Problem oder Symptom. Da fangen wir ganz unten an. Wir erwarten auch nicht, dass bei diesem Creative jemand sich sofort eintragt. Wir erwarten, dass der sagt, ja stimmt, ich habe echt voll das geile Angebot, das checkt echt niemand. Wir wollen dem ein Awareness dafür geben, dass er ein Problem hat. Dass wir dann drei Monate später ihm sagen können, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Erklärvideo zu machen? Wenn diese Idee gereift ist. Wenn ihr am Anfang steht, fangt ihr oben an. Wenn ihr dann skaliert, müsst ihr weiter nach unten gehen und früher praktisch schon die Kunden abholen. Okay, und wir kommen zum dritten Fehler und das ist auch zu viel Druck. Ihr merkt, irgendwann geht es nur noch darum, dass ihr zu viel Gas geben könnt. Wenn ihr in dieser Situation seid, ist es schon eine ziemliche Luxussituation. Weil ihr gebt ja mehr Geld aus, weil es so gut funktioniert. Dann gebt ihr noch mehr aus, dann gebt ihr noch mehr aus und dann merkt ihr irgendwann, jetzt geht es nicht mehr. Mehr kann ich nicht. So, und dann seid ihr hier in dieser Stufe. Zu viel Druck auf ein Angle. Ein Angle ist so ein Blickwinkel auf euer Angebot. Und bei uns, der Angle ist folgender, wir machen ein Erklärvideo, damit du mehr Kunden findest. Das ist aber nicht die einzige Art, wie man auf Erklärvideo schauen kann. Und weil wir damit wirklich den Markt bombardiert haben in den letzten fünf Jahren, extrem viel kommuniziert haben, hey, mach ein Erklärvideo, krieg mehr Kunden, haben wir jetzt mal einen neuen Angle ausprobiert. Und zwar, übrigens, mit einem Erklärvideo kann man auch sehr gut Mitarbeiter finden. Ja, weil du kannst ja erklären, warum du ein guter Arbeitgeber bist. Das funktioniert genauso. Und jetzt haben wir praktisch das gleiche Offer. Das Projekt läuft genau gleich ab. Wir schreiben ein Drehbuch, machen ein Storyboard, alles gleich. Wir haben den gleichen Beratungsprozess. Aber wir haben vorne im Marketing den Angle geändert. Also praktisch den Blickwinkel auf unser Angebot. Und ich zeige euch natürlich einen kurzen Loftfilm dazu, wie könnte es anders sein. Ja, wie wir praktisch jetzt unser Produkt, was ihr alle kennt, was ihr alle gekauft habt, wie wir das nochmal anders darstellen. Für Menschen, die zum Beispiel sagen, hey, ich finde Loftfilm cool, ich finde Erklärvideos cool, aber ich brauche nicht mehr Kunden, weil ich komme so schon nicht hinterher. Jetzt haben wir wieder eine komplett neue Zielgruppe erschlossen, und zwar diejenigen, die Mitarbeiter brauchen. Was kostet dich ein leerer Arbeitsplatz? Oder anders, was wäre es dir wert, eine qualifizierte Fachkraft dort sitzen zu haben? Aber richtig gute Bewerber zu bekommen, ist auch richtig schwierig. Das ist jedem Unternehmer bewusst. Die guten Leute sind fest angestellt, und ein Jobwechsel ist immer mit Risiko verbunden. Bewerber stellen sich Fragen wie, was, wenn der Job doch nicht zu mir passt? Hat der Arbeitgeber die gleichen Vorstellungen und Werte wie ich? Lohnt es sich, meinen aktuellen, sicheren Job dafür aufzugeben? Wenn du als Arbeitgeber diese Fragen nicht beantwortest, fehlt geeigneten Kandidaten das Vertrauen, eine Bewerbung zu schicken. Denn Fachkräfte bewerben sich nur bei dir, wenn sie von der Stelle und dir als Arbeitgeber überzeugt sind. Aber wie erklärst du ihnen, was dich besonders macht? Ganz einfach, mit einem animierten Erklärvideo wie diesem. Hi, wir sind Loftfilm. Mit unseren Bewerberfilmen zeigst du verständlich, in weniger als 90 Sekunden, warum sich ein Jobwechsel zu dir lohnt. Also für mich macht es gar keinen Sinn, keinen Film zu machen. Der Loftfilm ist eingeschlagen wie eine Bombe. Mittlerweile haben wir acht Arbeitsverträge nur bei den Loftfilmen gemacht. Das willst du auch? Dann vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch. Dort besprechen wir mit dir, wie ein Bewerberfilm für dein Unternehmen aussehen kann. Einfach Formular ausfüllen, Termin auswählen und wir hören uns am Telefon. Das war jetzt so ein ganz schneller Durchlauf durch die Evolution von ich schalte meine erste Werbeanzeige bis ich gebe 100.000 Euro an Werbebudget aus. Wie gesagt, 100.000 Euro, man hat immer so das Gefühl, oh Gott, das ist viel zu viel, das will ich nicht. Aber das machen wir immer nur dann, wenn wir auch dementsprechend mehr Umsatz damit machen. Das heißt, das ist eine gute Sache. Ihr solltet alle das Ziel haben, so viel Geld auszugeben wie möglich. Und ganz, ganz wichtig, das wichtigste Take Take-away ist, schaltet Ads, macht Werbung. Das ist so unfassbar mächtig. Ihr könnt einfach Menschen da draußen, die in eurer Zielgruppe sind und die ein Problem haben, ob die das wollen oder nicht, ihr könnt denen kommunizieren, dass ihr die Lösung für sie habt. Und wenn ihr das eurer Zielgruppe kommuniziert, dann werden da welche draufklicken, dann werden welche bei euch anfragen. Der Hauptgrund, warum ihr zu wenige Anfragen bekommt, ist nicht, weil ihr kein gutes Angebot habt. Der Hauptgrund ist, weil ihr nicht sichtbar genug seid. Und das können wir mit Werbung lösen. Also, für die, die es noch nicht machen, nehmt euch das vor. Für die, die sagen, ich habe noch nicht das Budget dafür, dann setzt euch das trotzdem als Ziel. Nutzt diese anderen Methoden, die wir euch heute zeigen, um genug Budget zu sammeln, damit ihr irgendwann Werbung schalten könnt. Weil Werbung ist wirklich der heilige Grad des Marketings. Alle Unternehmen werden groß durch Werbung. Das ist skalierbar. Damit könnt ihr schnell Kunden finden und das solltet ihr wirklich tun. Und das ist auch eines der größten Themen bei uns im Coaching. Wir haben es heute schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben viele Teilnehmer auch heute hier. Wenn ihr dazu Lust habt, können wir euch das auch zeigen. Wenn ihr das selber könnt, macht das selbst, dann braucht ihr uns nicht. Wenn ihr schon einen super Coach habt oder eine bombenmäßige Agentur, auch okay. Für mich ist nur wichtig, dass ihr die Ergebnisse bekommt. Und ein Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass Leute sagen, ja, ich suche mir da eine Agentur und dann sollen die das machen. Aber das würde ich euch nicht empfehlen, wenn ihr nicht schon wisst, dass diese Agentur richtig gut ist. Weil leider sind die allermeisten Werbeagenturen scheiße. Wir haben so oft, dass Kunden zu uns ins Coaching kommen und sagen, ja, ich habe da eine Agentur und wir schauen auf die Anzeigen und es ist komplett falsch aufgesetzt. Jeder kann eine Facebook-Agentur werden. Da muss man keine Qualifizierung formen. Das kann jeder einfach tun. Und das ist zu wichtig, um es aus der Hand zu geben. Ich habe 20 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wieso? Weil ich mich persönlich damit beschäftigt habe und weil ich immer noch jede Woche in unseren Account reinschaue. Und ihr könnt nicht andere für euch euer Business bauen lassen. Das heißt, beschäftigt euch damit. Es gibt kaum eine Fähigkeit, die wertvoller ist, wenn ihr verkaufen könnt und wenn ihr wisst, wie ihr Werbung schaltet. Dann werdet ihr nie wieder in eurem Leben Geldsorgen haben. Weil ihr könnt einfach sagen, hey, schau mal, ich habe mein Angebot und ich verkaufe dir das und Ende Gelände. Also lernt das, beschäftigt euch damit und wenn ihr Lust habt, wenn ihr sagt, hey, ich habe da echt gar keine Ahnung davon oder ich bin am Anfang oder ich habe vielleicht ein bisschen Erfahrung, aber wünsche mir da noch mehr Hilfe. Wir haben ein Coaching-Programm. Ich stelle es kurz vor. Ja, es soll heute kein Verkaufspitch hier werden, aber ich zeige euch kurz, was wir da machen und wenn ihr Lust habt, kommt einfach später für uns zu. Also, ratet mal, wie ich euch das jetzt präsentiere. Wir haben natürlich auch dafür einen Loft-Film gemacht. Den zeige ich euch einmal. Täglich Anfragen von Neukunden in deinem E-Mail-Postfach. Das geht mit deinem Loft-Film. Aber erst, wenn du ihn richtig einsetzt. Denn der beste Film bringt nichts, wenn ihn niemand sieht. Im Online-Marketing gibt es zahlreiche Optionen. Google, LinkedIn und soziale Medien. Organisch oder mit bezahlter Werbung, YouTube, TikTok, Outbound, Mailings. Die Herausforderung, nicht jedes Angebot eignet sich für jeden Marketingkanal. Ganz schön schwierig, da durchzublicken und ganz schön einfach, viel Geld aus dem Fenster zu werfen. Damit Loft-Film-Kunden das nicht passiert, gibt es unser Mehr-Kunden-Online-Coaching. In diesem Programm arbeiten wir einige Monate eng mit dir zusammen. Dabei erfährst du, welche Kanäle die richtigen für dich sind, wie du genau dort sichtbar wirst, wo deine potenziellen Kunden unterwegs sind, wie du auf Google ganz oben stehst und wie du mehr Besucher auf deine Website bekommst, die dann zu Kunden werden. Zu allen Themen erhältst du ausführliche Videokurse. Deine Fragen beantworten wir dir 24-7. Zusätzlich hast du Zugang zu mehreren Videotelefonaten pro Woche mit unterschiedlichen Experten. Unser Geschäftsführer Jonas Eiser zeigt dir persönlich, welche Marketingmaßnahmen uns zum Marktführer mit mehr als 10 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Alle unsere Schwerpunkt-Coaches haben ein erfolgreiches Unternehmen im eigenen Fachbereich. So lernst du genau die Online-Marketing-Methoden, die sie an die Spitze ihrer Branche gebracht haben. Wichtig! Marketing ist Chefsache. Deshalb ist unser Coaching speziell für Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen ausgelegt. So, dass du es auch neben deinem Tagesgeschäft umsetzen kannst. Bevor es losgeht, nehmen wir uns 90 Minuten Zeit, dein aktuelles Marketing zu analysieren. Dann erstellen wir kostenlos eine Strategie, welche Methoden für dich funktionieren und mit welchen Ergebnissen du rechnen kannst. Buche dir jetzt online deinen Analyse-Termin. Wie gesagt, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Lust dazu habt. So, und jetzt noch eine letzte Sache, die ich mit euch teilen möchte und zwar folgendes. Ich weiß, wenn man so ganz am Anfang ist, was Werbung angeht, was Online-Marketing angeht, hat man vielleicht so, ja, auf der einen Seite, das klingt ja alles toll und ich höre immer wieder, dass es funktioniert und ich sehe auch andere Loft-Film-Kunden, bei denen das klappt, aber funktioniert das auch für mich? Ich habe da noch Sorgen, ich habe das schon mal probiert und es hat irgendwie nicht geklappt und ich erzähle die ganze Zeit über die tollen Ergebnisse, die wir haben und ich möchte euch jetzt einfach mal drei Kunden vorstellen, ja, die bei uns ein oder mehrere Filme gemacht haben. Ich glaube, alle schon mehrere Filme, die auch bei uns in dem Coaching sind, aus ganz unterschiedlichen Bereichen und einfach, dass die mal erzählen, was sie gemacht haben, als sie ganz am Anfang standen, ja, mit Online-Marketing und wie es sich jetzt für sie entwickelt hat. Ja, einfach, dass ihr mal seht, wie das auch in der Praxis aussieht, wenn man eben nicht Luftfilm heißt und dazu ich bitte einmal den Chava, den Michael und den Patrick auf die Bühne bitten und bitte einen fetten Applaus für die Freien. Nehmt Platz, setzt euch hin, schnappt euch ein Mikrofon. So, ich hoffe, die letzten Reihen können uns noch einigermaßen sehen. Das sind die kleinsten Stühle, die wir finden konnten. Genau, also erstmal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Also, ihr drei seid, glaube ich, alle schon seit über zwölf Monaten im Coaching dabei und genau, vielleicht könnt ihr euch einmal kurz erzählen, was ihr macht, also einfach welche Branche, welcher Bereich und vielleicht auch, warum habt ihr damals euch entschieden, ins Coaching reinzukommen. So, Michael, ich weiß, du warst auf dem Loftfilm-Day vor einem Jahr, vor über einem Jahr, ich glaube, letztes Jahr im April und dort haben wir uns kennengelernt und hast dann gesagt, hey, ich habe Lust da einzusteigen, erzähl mal, wer du bist und warum du das gemacht hast. Mein Name ist Michael, ich bin 53, Gründer und Geschäftsführer der Unido GmbH. Was machen wir? Wir sind eine Unternehmensberatung, die sich darauf spezialisiert hat, bei mittelständischen Unternehmen Office 365-Installationen zu strukturieren, zu ordnen und damit die Effizienz von Unternehmen um etwa 25% zu steigern und das Ganze ohne, dass die Mitarbeiter zu lange aus dem Tagesgeschäft heraus müssen. Also beratungsintensive, vertrauensvolle Dienstleistungen, die wir versuchen, entsprechend zu verkaufen. Und was war damals dein Problem und wieso hast du dich entschieden, dann das Coaching mit uns zu machen? Ja, ich kam aus, oder ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und bin ein klassischer Key-Accounter, früher rumgefahren mit dem Auto zu Kunden und dann kam halt die Corona-Krise und wir mussten unsere kompletten Sales-Prozesse umstellen, wir mussten unser Marketing komplett umstellen, die Empfehlungsnetzwerke sind zusammengebrochen, also es war tatsächlich keine schöne Zeit und wir sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, wir machen mal so ein Video. Das haben wir dann bei euch gemacht, haben den auf die Webseite gebracht und festgestellt, da passiert ja gar nichts. So und dann sind wir tatsächlich ins Gespräch gekommen, wir haben über Ideen gesprochen, du hast die ersten Ideen uns mitgeteilt und so sind wir eigentlich dann ins Coaching gekommen. Und was würdest du sagen, wie haben sich die Ergebnisse verändert, also seitdem du eingestiegen bist zu heute, wie hat sich dein Unternehmen verändert? Also der Punkt war erstmal, dass wir im Coaching die ganze Mannschaft enabled haben, also mein ganzes Team darf auf den Coaching-Kurs zugreifen, das ist mir wichtig, weil wir Transparenz haben bei uns im Unternehmen. Das hat erstmal bewirkt, dass die Leute hoch motiviert waren und gesagt haben, da ist was Neues, da ist was Geiles, da kann ich dran teilhaben und auch mitwirken. Das war das Erste. Das Zweite war, dass wir unsere Sales-Prozesse komplett neu designt haben. Wir haben im zweiten Schritt dann geschaut, wenn wir den Sales-Prozess neu haben, wie kommen wir überhaupt an Leads? Das machen wir derzeit noch über Kaltakquise, was sehr, sehr gut funktioniert bei uns, über den Prozess, den wir im Coaching mitgeteilt bekommen haben. Wenn jetzt am Mittwoch endlich die erste Facebook-Kampagne starten, mal sehen, was passiert. Und das Zweite ist, dass wir dann in dem zweistufigen Sales-Prozess, in dem Strategiegespräch, entsprechend den Loft-Film einsetzen. Dort haben wir dann die Quote durch den Einsatz des Loft-Films um etwa 30 Prozent gesteigert. Sehr geil. Und wie war die Umsatzentwicklung in der Firma? Also wir haben mit Umstellung und Experimentieren den Umsatz verdoppelt bei gleichem Personal und streben dieses Jahr auch wieder fast eine Verdopplung an. Sehr geil. Vielen Dank, Michael. Sehr gut. Den Applaus hast du hier verdient. Okay, kommen wir zu dem zweiten in der Runde. Patrick, du erzähl doch mal kurz, was du machst und wieso du dir überlegt hast, ins Coaching reinzugehen. Ja, sehr gerne. Patrick, mein Name, Gründer, Geschäftsführer von Immomarketer. Wir liefern Neukundenanfragen für Immobilienmakler, für Bauträger und Immobilienvertriebe über Social Ads, also Facebook, Instagram Werbung. Und ja, wieso bin ich ins Coaching gekommen vor gut einem Jahr? Es war eigentlich so aus dem Schmerz heraus, so keine klare Handlungssicherheit zu haben. Also wir haben so gefühlt im Trüben gefischt, wollten skalieren, ja, aber wussten halt nicht so, was sind so die wichtigsten Hebel, die wir jetzt angehen müssen, was sind so die Next Steps und ja, da habe ich mir gedacht, komm, anstatt jetzt selber hier per Trial and Error weiter Dinge zu versuchen, gehe ich lieber zu einem Coach, zu einem Mentor, der diesen Weg schon selbst gegangen ist und gucke mir einfach da ein paar Dinge ab. Genau, du warst ja einer von denen, die schon ein bisschen Vorerfahrung hatten mit Facebook Ads, du hast ja auch für deine Kunden Facebook Ads geschaltet, was hast du da nochmal, oder was waren das alles noch die größten Learnings jetzt in den letzten zwölf Monaten in dem Coaching in Bezug auf bezahlte Werbeanzeigen? Du hast es ja gerade so cool untergliedert in diese drei Level, also als ich reingekommen bin, würde ich sagen, waren wir so Level 1, wir haben so 2.000, 3.000 Euro im Monat für uns selber ausgegeben, um neue Kunden zu gewinnen, haben dann so 10, 20 Anfragen bekommen im Monat, Cost per Lead war recht teuer und genau mit deiner, mit eurer Hilfe konnten wir jetzt das Ganze hochskalieren, jetzt sind wir mittlerweile bei 10.000, 15.000 Euro Adspend im Monat, kriegen über 100 Neukundenanfragen für uns selber und ja, haben auf verschiedenen Ebenen haben wir halt unsere Social Ads optimiert, sowohl technisch gesehen, wir haben das damals noch ganz klassisch über den Pixel gemacht, über den Browser, mittlerweile sind wir auf diese Conversion API umgestiegen durch euren Impuls, was einen riesen Unterschied gemacht hat, wir haben Kampagnenstrukturen nochmal komplett neu durchdacht und neue Visuals, neue Creatives sozusagen gemeinsam erarbeitet und ja, hat schon enormen Unterschied gemacht. Wie hat sich bei euch der Umsatz entwickelt von dem Zeitpunkt, wo ihr eingestiegen seid bis jetzt, was war euer beste Monatsumsatz, den ihr seitdem geschafft habt? Als wir reingekommen sind, waren wir so bei an der Grenze sechsstellig und jetzt spitzenmonatweise 2,75 Euro vor kurzem. Also 275.000 Euro im Monatsumsatz. Ich würde sagen, das hat auch einen Applaus verdient, oder? Sehr geil. Danke Patrick. Und jetzt, Chava, ich freue mich, dass du hier dabei bist. Wir haben gestern Abend bei uns beim Abendessen kurz unterhalten und du hast mir eine sehr emotionale Geschichte erzählt, die ich auch bis gestern gar nicht wusste. Ich glaube, es ist das erste Mal noch, dass wir uns persönlich sehen. Wir haben uns immer nur online getroffen und ja, wenn du möchtest, teile dir doch hier mal mit den anderen, wie es bei dir losgegangen ist und wie du in das Coaching reingekommen bist. Ich komme mir vor, wie bei einem anonymen Alkohol. So ungefähr ist es ja. Also ich, mein Name ist Chava, ich bin Orthopäde und Sportmediziner und meine Aufgabe ist es eigentlich, die Welt ein bisschen gesünder zu machen und allein, dass ich diese Aussage machen kann, habe ich im Coaching gelernt, weil ich hätte vorher nicht sagen können, was meine Aufgabe ist eigentlich. Und also eigentlich hat man als Orthopäde kein Leadproblem. Ich glaube, wenn ich hier in den Saal gucke, haben bestimmt hier 30 Prozent schon mal Rückenschmerzen gehabt oder irgendwas anderes. Und ich hatte auch kein Problem. Also ich hatte eine Privatpraxis, mir ging super, alles war perfekt. Und das war 2015, die habe ich hier gegründet. Das war so ein historisches Haus, ihr könnt euch das vorstellen wie so eine Villa, also nicht so eine Villa, sondern wie so ein Schloss. Sissi kommt gleich angeritten mit ihrer weißen Kutsche. Mega cool, richtig gut, nur High-Quality-Patienten, alles super. Dann kam ich auf die Idee, ein bisschen zu expandieren und habe gesagt, komm, ey, wenn das dir so super läuft, kannst du ja größer werden. Das ist ja genau das, was ich auch mache. Hat nicht so super funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber 2017 kam ich auf die Idee, ey, du holst dir jetzt nochmal neues Personal, noch mehr Ärzte, habe dann Leute angestellt, zehn Leute wollte ich anstellen. 2020 war es dann soweit, Oktober sollten die kommen und im September ist das Haus abgebrannt. Das war richtig scheiße für mich. Keine Praxis mehr, zumindest nicht richtig. Das Feuer hat genau vor meiner Praxis Halt gemacht. Mein Problem war, dass ich einen Mega-Wasserschaden hatte, die haben ja Millionen Wasser da reingepumpt, also es war nichts zu gebrauchen. Ich hatte echt, gerade musste ich irgendwo anders gucken, bin in so Kaschem untergekommen, in der High-Quality-Praxis, in so kleinen Lambarene-Praxen, war richtig krass, Patienten verloren und habe gedacht, ey, wenn dir das so passiert, ey, du musst ja irgendwas machen, dass ich auch unabhängig von meinen Zuweisern oder wie auch immer, von meinem Gebiet, Patienten bekomme. Und das war das erste Mal, wo ich darüber nachgedacht habe, ich muss was machen. Da habe ich auch den ersten Loft-Film gemacht und dann ins Coaching bin ich dann später gekommen, weil das hat sechs Monate gedauert, bis ich wieder in der alten Praxis zurückkam und jetzt, die Story ist halt ein bisschen blöd, weil ich war vier Monate in der Praxis und dann kam die große Flut, ich bin in Bad Neuenahr gewesen, Bad Neuenahr hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, meine Praxen sind dann komplett verschwunden, es gibt die nicht mehr und da habe ich das gleiche Problem wieder, 30 Mitarbeiter, fünf Ärzte angestellt und da stehst du, scheiße, wie kriegst du jetzt die Patienten wieder einen Start, weil du hast jetzt gar keinen mehr und es gab auch keinen mehr, weil die waren alle weg. Das heißt, dann bin ich ins Coaching angestiegen und habe gesagt, ich muss jetzt neue Vertriebswege erfinden, die ein Arzt normalerweise nicht erfinden kann, weil der braucht das Problem, hat das Problem nicht und dann habe ich dank deiner Hilfe alles umgestellt, wirklich alles, also wirklich alles und meine Mitarbeiter sagen, ich hätte wirklich eine krasse Verwandlung gemacht vom, ja, 180 Grad gedreht, so, wir haben Prozesse integriert, alles mit deiner Anweisung, immer wieder quasi deine Rückfragen gehabt und seitdem nicht. Sehr, sehr, sehr geil und du hast, deine Patienten finden dich jetzt über Google und hast eine Webseite dahinter, über die sie sich dann informieren können, eintragen können. Wie funktioniert das und wie viele Anfragen oder Webseitenbesuche hast du denn da so? Also momentan habe ich, ich hatte vor deinem Kurs, hatte ich Anfragen so 200 bis 300 Webseitenbesucher im Monat, jetzt habe ich so ungefähr 16.000 und das krasse ist, das krasse ist wirklich, also das ist jetzt nicht nur so, dass es 16.000, ich habe auch eine Conversion-Rate von 8%, das heißt, da passiert auch was und das Lustige ist, ich habe jetzt zwei neue Mitarbeiterinnen, die haben schon Wanderstage, die kriegen die Augen nicht mehr zu, ich hatte am Donnerstag einen Patienten aus München, ich bin jetzt Bad Neuenach, der kam extra von München zu mir gefahren und wollte da behandelt werden, nächste Woche kommt einer aus Sylt. Das heißt, das ist wirklich die, wo du denkst, ey, das ist ein Orthopäder, da gibt es ja überall einen, um die Ecke, die kommen alle von 600, 700 Kilometern jetzt weit gefahren, weil sie die Webseite haben. Also ihr seht, wir haben hier eine Softwareberater, wir haben jemanden aus der Immobilienbranche, wir haben einen Arzt und es funktioniert in allen Branchen. Diese Dinge, die wir euch hier beibringen, die werden auch für euch funktionieren, wenn ihr sie umsetzt. Man muss auch dazu sagen, wir haben hier drei richtig geile Typen auf der Bühne sitzen, ich bin auch dabei, aber wir haben drei richtig geile Typen, die auch wirklich umsitzen, die nicht nur labern, sondern die sagen, hey, bitte gib mir Input, ich will den, ich will das verändern. Ich telefoniere mit dem Jabba, am nächsten Tag sagt er, hey, ich habe alles, was wir gestern besprochen haben, jetzt schon in die Wege geleitet. Und wenn ihr das macht, wenn ihr bereit seid, auch Gas zu geben, wie die drei hier, dann wird das auch für euch funktionieren. Es gibt keine Ausrede dafür, dass ihr das nicht zum Laufen bringt. Es geht in allen Branchen. Wir haben jetzt drei Leute ausgewählt, wir hätten hier auch 15 hinsetzen können, aber ich wollte euch zeigen, dass das möglich ist, auch für euch. Ihr müsst nur anfangen umzusetzen, ihr müsst euch den Input holen. Wie gesagt, kommt zu uns ins Coaching, geht in andere Coachings, ist alles okay, aber wenn ihr diesen Film habt, wenn ihr eine geile Webseite habt und ein bisschen Input bekommt, wie ihr das richtig einsetzt und wie ihr das richtig auf Flughöhe bringt, dann wird das für euch funktionieren und dann seid ihr vielleicht die Nächsten, die in einem Jahr hier sitzen und eine ähnliche Geschichte erzählen.